Eigentlich habe ich Dentaprimen ganz früh schon kennengelernt, vor einigen Jahren. Grund war dafür, dass mein Zahnarzt mir einen sehr hohen Kostenvorschlag gemacht hatte für meine Implantate. Sehr, sehr viel und das hätte ich da gar nicht bezahlen können. Dann habe ich mich ein bisschen informiert, habe im Internet gesetzt und habe geguckt, was wird dort geschrieben, was ist dort überwiegend die Meinung. Ich habe eigentlich nur die richtigen, was ich heute weiß, richtigen Antworten gefunden. Nur eine, ein oder zwei Kommentare waren dazwischen. Ich denke, das ist bewusste Niedermacherei, weil ich habe wirklich das Gegenteil hier erfahren. Das ist also, ich möchte sagen, man kann das gar nicht beschreiben. Das ist so gut, schmerzlos, also ich habe fürchterliche Angst vor dem Zahnarzt. Und ich habe festgestellt, dass Dentaprimen, also wirklich, also ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so gut und alle Menschen hier, die sind so freundlich und gehen auch auf alle Wünsche ein. Also es ist unbeschreiblich. Man kann wirklich nur sagen, toll, 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 hoffentlich geht es weiter so. Ich bin jetzt fertig, ich bin zufrieden. Ich habe viel, 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 viel Geld gespart. Und ich werde einmal im Jahr wiederkommen und werde meine Reinigung durchführen. Aber das könnte ich auch in Deutschland machen, weil das die Reinigung selbst endlich wird ja dann doch ein bisschen teurer, als wenn ich es in Deutschland machen würde. Aber alleine der Aufenthalt hier ist also wirklich 1a. Also bis jetzt ich tuevances nach. Guten Abend. Und ich bin so mal. Und ich bin so schön, dass ich mich auch einmal nicht beschrieben habe. Und wenn ich meine extremsten Einfluss herbeige, die in die Position der Aufenthalt ist, dann bin ich, ich bin ja. Und wenn du das für eine Abenteuerung hast, dann bin ich aber nicht so gut, Du bist so gut, ich bin ja. Und das über Freude war das für mich schon gar nicht vor. Und ich kann nicht mehr, nicht so gut das besser.